Ich habe mich stark beeindruckt. Tolles Rhythmusgefühl. Das Groove die ganze Zeit durchrecken. Ja, schönen guten Abend bei BarTV. Wie hat Ihnen die Show heute gefallen? Sehr, sehr gut. Also ich habe mich schon länger drauf gefreut und es sind wirklich hervorragende Künstler. Ich finde, er kann sehr gut singen. Er hat eine sehr schöne Stimme und man hört ihn auch ganz gut. Schalt den Sorge ein. Gleich kommt ne Lady. Alles Lupen rein. Nur für die Lady. Schalt den Sorge ein. Gleich kommt ne Lady. Ich dachte, ich warte, mich erwartet hier eine riesige Band mit Bläsern und allem drum und dran, was natürlich bei dem kleinen Z schlecht möglich ist. Da musste ich erstmal gucken, ach so, dass es hier anplackt und aha, es ist aber so funky notiert und so und bin dann so immer mehr reingekommen und nach der Pause bin ich richtig abgegangen. Sie vermitteln also wirklich sehr viel Spaß, aber auch Ironie an sich selber. Wenn man echt mal so unten ist und dann die Musik hört, ich glaube schon, dass das einen hochzieht. Wirklich sehr temperamentvoll, sehr musikalisch. Die drei sind auch perfekt aufeinander eingespielt. Bezaubernd für die Damen. Du bist so schön und bis auf Zeit. Du bist ganz einfach mein Geschmack. Ich find dich einfach toll, denn du bist anders als der Rest. Ich find dich einfach toll, du bist entspannt und mir stresst. Ich find dich einfach toll, du bist so schön und bis auf Zeit. Ich find dich einfach toll. Ich finde es eine hervorragende Sache und ich hoffe, dass es hier Furore macht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.